Ja, hallo. Die Tagesschau im Speziellen gibt es schon eine ganze Weile. Und die läuft immer 20 Uhr, 15 Minuten seit vier Jahrzehnten. Und was mir auffällt ist, dass die 15 Minuten immer voll werden. Von 20 Uhr bis 20.15 Uhr. Und dass eben mein Eindruck ist, dass Geniales mehr gezeigt wird, wird überhöht. Und das, was wichtig ist, wird runtergemacht, wird vernichtigt oder verkleinert. Und eine genaue Darstellung oder ausgewogene Darstellung der Nachrichten kann ich nicht erkennen bei den öffentlich-rechtlichen Ländern. Vielen Dank.